Monika, wir haben da Gurken über Gurken. Was machen wir damit? Stefan, die drei essen wir noch. Wunderbar, einen Gurkensalat und die anderen, die werden wir zu Saatgut verarbeiten. Aus denen holen wir das Saatgut raus und das zeigen wir euch in unserem Video jetzt. Ja Monika, es geht ja in diesem Video um Saatgutgewinnung von Gurken und du hast ja gesagt, am besten eine leicht überreife Gurke. Das heißt, da schauen wir jetzt direkt rein. Genau, einmal Messer zum auseinanderschneiden bitte. Überreif, das heißt nicht nur überreif werden lassen, sondern auch lange, lange, lange an der Pflanze dran hängen lassen, um wirklich eine reife Frucht zu ernten und aus der kann man dann jetzt eben das Saatgut rausholen. Genau. Schauen wir auch noch rein. Dann schneiden wir beide Gurkenhälften auseinander und dann gehen wir mit dem Löffel das Saatgut in die Schüssel herein. Wunderschön, das sieht man schon. Genau. Aufgefädelt. Ja, das ist ja eigentlich im Vergleich zu anderen Saatgutgewinnungen die Gurke sehr anfängertauglich, kann man sagen. Genau. Also für alle, die jetzt Lust bekommen haben, Saatgut zu gewinnen, ihr eigenes Saatgut von Früchten zu ernten, dann ist die Gurke sicher ein ganz einfaches Gemüse. Ich brauche nur die reif werden lassen, die Kerne rausnehmen, ein bisschen auswaschen und dann trocknen und im nächsten Jahr ansehen. Und wie das mit dem Ansehen funktioniert, haben wir euch ja auch schon gezeigt in einem unserer Videos. Also da schließt sich dann wunderbar unser Kreis wieder und so kann man das fein machen. Das sehe ich schon jetzt, da sind jetzt nicht mehr so viele Kerne oder nur kleine. Passiert, passiert ab und zu, dass nicht die gesamte Gurke mit Kernen, mit Samen voll ist. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber wir haben schon eine gute Ausbeute von dieser Gurke. Die Gurkenstücke, die jetzt da noch übrig sind, würde ich jetzt nicht mehr mehr für den Salat verwenden, sondern vielleicht als Schmorgurke, ein bisschen braten, ein bisschen dünsten und mit einer guten Soße draus machen, Gurkensoße draus machen. Also so kann man es schon noch verarbeiten, aber als Salat schmecken sie schon sehr intensiv. Okay, da haben wir jetzt das Saatgut, das müssen wir jetzt ein bisschen ausschwemmen. Genau, das können wir wieder ein bisschen ausschwemmen. Am besten wieder mit der Hand, oder? Ja, auf jeden Fall. Man sieht sehr schön, die keimfähigen Samen sinken auch hier schon wieder auf den Boden. Das kann man dann ablehren. Vielleicht tun wir das in die kleinere Schüssel herein, dann können wir es gut... So, schau, das tut es einmal weg da. Das gröbere Fruchtfleisch, das entfernen. Ja, das schaut ja schon ganz gut aus. Wir tun das vielleicht wieder aufs Tuch. Dann kann ich es jetzt richtig abschöpfen. Genau, die von unten einfach nehmen und einfach mit der Flüssigkeit aufs Tuch, das nimmt es dann sowieso auf und dann kann man es auseinanderlegen zum Trocknen. So, das sind schon einige Kerne. Einmal vielleicht noch, dann haben wir genug da. Genau. So, wenn ich Saatgut ernte, dann lasse ich das ein bisschen länger stehen. Dann habe ich auch wieder diese klipprige Schicht da rundherum weggegoren. So tue ich mir leichter, größere Mengen Saatgut zu ernten. Für die kleinen Mengen, die jetzt da für den Hausgebrauch notwendig sind, ist es völlig ausreichend, die auszuwaschen und dann aufs Tuch zu geben. Zu trocknen, wieder ungefähr eine Woche und dann wieder in eine Papiertüte hinein oder ein Kuvert. Und so kann man es gut aufbewahren und auch noch trocken und lichtgeschützt wieder, so wie das gesamte Saatgut. Und so haben wir unsere Gurke erhalten. Und Beschriften nicht vergessen. Genau. Apropos Beschriften. Ganz wichtig, wenn ihr verschiedene Gurken bei euch im Garten habt, dann ist diese Ernte von den Gurken eher ein bisschen schwierig. Denn Gurken verkreuzen sich untereinander. Dann habe ich vielleicht eine Mischung aus der Snackgurke und der Schlangengurke oder aus der runden Zitronengurke und der kleinen Minigurke. Also aufpassen bei der Kreuzung, wobei beim Essen haben wir keine Probleme. Wir müssen nicht vorsichtig sein, dass irgendwelche Sachen dann nicht mehr genießbar sind, sondern ich habe halt nur eine Verkreuzung in meiner Sorte und kann halt dann nicht sagen, oh, da wächst jetzt die lange Schlangengurke, sondern da kann auch eine Minigurke draus werden. Anders wie beim Zierkübis, da muss man ein bisschen besser aufpassen. Ja, das heißt, das ist unser Saatgut. Da haben wir noch Beschriften. Genau. Das ist die Sorte Tanja. So, trocknen, über den Winter bringen und im Frühling in die Erde. Ja, soviel zum Thema Saatgutgewinnung zur Gurke. Wenn Sie sonstige Fragen, Anregungen habt, einfach bitte gerne wieder in die Kommentare rein und wir versuchen das so rasch wie möglich zu beantworten oder machen sogar wieder ein eigenes Video drüber. Würden wir uns ja freuen, wenn es Anregungen gibt von euch. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn du mehr über Samenmeier und unser samenfestes Bio-Saatgut erfahren möchtest, abonniere hier unseren YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke und du verpasst keinen Beitrag mehr. Also, Pflanzevielfalt, bis zum nächsten Mal. Pflanzevielfalt.